Gewiss! Also, das Handy ist ein bisschen kaputt. Versuch mal ranzugehen. Hey, was bist du denn jetzt so zu Hause? War das ein gutes? Sorge. Gerade eben hat er erschrocken getan, das ist jetzt Sorge. Kannst du dran gehen? Klarer Fall von geht's so. Hast du schon mal probiert, außen wieder anzumachen?